Hallo und herzlich willkommen beim Ball für die EU-Fußball-Podcast. Heute mit einer Show über die europäischen Pokalbewerbe, also über die bisherigen Spiele des 16. Finales in der Europa League und die bisherigen Spiele des 8. Finales in der Champions League. Wir, das ist mein lieber Kollege Philipp Weizinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Ja, und er hat es schon gesagt, ich bin es der Tom, Tom Schaffer. Wir sprechen hier ja sehr regelmäßig über Fußball. Wenn ihr uns das erste Mal zuhört, dann geht ihr gleich jetzt los und abonniert unseren Podcast, auf welchem Podcast-Player auch immer ihr Podcast hört. Es sind auf YouTube, es sind auf Spotify, es sind auf Apple Podcast. Wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Und zur Einleitung auch gleich der Hinweis. Vielen Dank an Michael Molzer, an Franz Novotny und an unser Ultra-Fan Chris. Wenn ihr euch fragt, warum wir denen danken, weil sie uns auf Patreon unterstützen. Sie geben uns jeden Monat ein bisschen Geld, damit es Ballverliebt geben kann. Und wenn ihr findet, es sollte uns weitergeben, dann tut es ihnen doch gleich. Geht auf patreon.com slash ballverliebt. Das ist ein Service, auf dem man kleine monatliche Beträge an Creators oder an Produzenten von Content überweisen kann, die einem gefallen. Und wir hoffen, euch gefällt, was wir hier tun. Und ihr wollt uns auch unterstützen, denn es ist notwendig, damit wir das in dieser Intensität und vielleicht sogar ein bisschen mehr in Zukunft weitermachen können. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Das sind über 70 Personen. Und wir hoffen, es kommen dann auch stetig ein paar dazu. So, Philipp, jetzt legen wir aber los, oder? Jetzt legen wir aber los. Beginnen wir mit den österreichischen Spielen, hätte ich gesagt. Genau, das hätte ich auch gesagt. Und da im Speziellen mit Rapid. Ich habe gestern das so ungefähr formuliert. Also wer keine Vorurteile über den italienischen Fußball hatte, dem sind sie gestern aufgedrängt worden. Also höchstmöglicher Ertrag mit geringstmöglichem Aufwand, was der Inter gemacht hat. DKZ, der Delosport, hat heute dann auch geschrieben, naja, also eine übertriebene Glanzleistung war das nicht. Aber angesichts der Umstände, ihr habt es sicher mitbekommen, die Geschichte mit dem Endkapitänten, Ex-Kapitän, mit Mauro Icardi, der da die mich unruhig reingebracht hat. Auf jeden Fall hat Inter genau in Wahrheit gar nichts gemacht, außer einen eher ungeschickten, in der Entstehung ungeschickten Elfmeter, zu verwandeln zum 1-0. So ist es dann auch ausgegangen. Da kommen wir gleich noch dazu. Da kommen wir noch dazu. Rapid hat defensiv eigentlich relativ gut ausgeschaut, sehr solide, ist auch nicht ganz überraschend, ist ja ein Kühlbauer-Team. Nur im Angriffsdrittel war das halt dann schon sehr unabgestimmt. Also da war jetzt nicht wirklich erkennbar, wer da was wie machen hätte sollen. Ja, ich finde auch, wenn man sich angeschaut hat, in den eigenen 50 Metern, so den 50 Meter vor dem eigenen Tor, da hat Rapid wirklich sehr gut gespielt, hat Inter zu nichts kommen lassen, in der Mitte sehr gut verdichtet auch. Allerdings, wenn es dann umgegangen ist, dass man den Ball auch mal gewonnen hat, dann hat es irgendwie sehr ratlos gewirkt. Man hat nicht wirklich gewusst, wo will man den Ball jetzt hinspielen. Und in der Gegnerhälfte war es dann sowieso eigentlich vollkommen eine Improvisation. Also man hat immer wieder gemerkt, da ist jetzt nicht klar, was passiert als nächstes, sondern die Spieler mussten erst mal schauen, was ist möglich, haben dann auch einen Pass gespielt, der mehr Hoffnung beruht hat. Das ist immer wieder passiert die ganze Zeit. Und erst so in der letzten halben Stunde hat man dann das Gefühl gehabt, dass Rapid in irgendeiner Form auch mal gefährlich werden könnte. So gesehen ist der 1-0-Sieg von Inter nicht völlig unverdient. Andererseits muss man halt schon auch anmerken, es wäre schon die Möglichkeiten da gewesen, dass man außerhalb jetzt ein bisschen mehr rausholt. Es ist natürlich ja, der österreichische Achte, der seit zwei Monaten kein Pflichtspiel gemacht hat gegen den italienischen Dritten. Nur Inter ist halt auch ein bisschen in der Kiste. Die haben jetzt auch irgendwie im letzten Monat ein Spiel gewonnen, haben viel interne Unruhe. Und gestern hat dann sogar der Perisicin-Loftwell gegeben, den Sonnleitner verloren. Ja, das war so in der ersten Hälfte, wo ich dir dann geschrieben habe, wenn du als Perisicin-Loft-Duell mit Sonnleitner verlierst, dann musst du die Karriere langsam beenden. Naja, Skogans ist da nicht geworden. Aber ich finde auch, gerade der Sonnleiter hat eine echt gute Partie abgeliefert, hat da hinten den Laden super zusammengehalten. Ich habe dann auch ein bisschen um ihn gezittert, als die Platzwunde zu sehen war. Und auf dem Platz in großer Sammlung getackert werden. Ja. Respekt. Aber sonst, ich meine, ja, Inter ist eine Schweinerei gewesen, wenn du mich fragst. Also das ist ja, ja, das war ein verdienter Sieg alles in allem. Trotzdem war natürlich das bessere Fußballteam. Aber so dermaßen wenig tun und sich so dermaßen nicht zu spielen. Das ist sehr desinteressiert. Und dann auch so zum Schluss hin, unfair. Also so viele kleine versteckte Fouls, so viele unnötige Fouls, wo du dir wirklich gedacht hast, was tust du jetzt? Und ich meine, der Martinez, der Stürmer, der davon profitiert, dass jetzt der Icardi nicht mehr da ist, muss eine ganz helle Leuchte sein, weil der hätte am Schluss auch vom Platz fliegen können. Und dann wäre er da draußen gewesen. Und wenn du denkst, du hast mal die Chance in deinem Leben, dass der Einzelstürmer weg ist und du als Asatzspieler kriegst deine Spiele und das Erste, was du machst, ist bei 1-0 auswärts in Wien einem Gegenspieler auf Sackhöhe entgegenzuspringen mit deinem Fuß. Helle Leuchte, helle Leuchte. Helle Leuchte, eine helle Leuchte im Übrigen ist ganz sicher auch Maui Icardi, der jetzt gestern Abend oder heute Morgen, ich weiß nicht, ich glaube, das gestern Abend noch war, sich dann auf Social Media, ich glaube auf Instagram war es, dann gemeldet hat und geschrieben hat, manchmal ist es besser, seinen Mund zu halten und von allen für blöd gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und die Befürchtungen zu bestätigen. Ja, self-own. Was? Also das ergibt jetzt so wenig Sinn, aber gut. Es ist ein Zitat von Mark Twain und das ist auch deswegen lustig, weil er Mark Twain unter Anführungszeichen gesetzt hat und der Zitatzeichen, aber das Zitat nicht. Okay, ich meine das Zitat habe ich gekannt und das ist von Twain, glaube ich, aber was es in dem Zusammenhang für einen Sinn gibt, das hat sich nicht erschlossen. Also auf jeden Fall, das ist alles sehr unterhaltsam da. Ja, wunderbar. Weniger unterhaltsam war aber das Spiel, wenn man da wieder zurückkommt, weil es war eigentlich nicht fadig. Das ist richtig. Ich möchte auch leise in Frage stellen, ob da nächste Woche, ob die Zuschauerzahl im San Siro fünfstellig wird. Bei Inter womöglich noch eher, als es bei Milan der Fall gewesen wäre, allerdings, ja, also das Spiel glaube ich, also das hat man schon gemerkt, dieses Duell mit Rapid, das Interessiert den Verein maximal am Rande und nachdem jetzt im Grunde genommen mehr oder weniger entschieden ist, dass Inter weiterkommen wird, glaube ich auch, dass sich das Interesse bei den Milan der Fans eher so ein bisschen in Grenzen halten wird. Also das wird eher, glaube ich, ein bisschen eine Geisterpartie werden. Ja, hoffentlich sieht die Mannschaft das auch so, weil dann gibt es vielleicht noch eine Chance für Rapid, weil ich meine, wenn die Leistung noch fünf Prozent draußen bei Inter, dann ist da was drin. Die Geschichte ist, warum es eigentlich entschieden ist, darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen, ein Elfmeter hat den Unterschied gemacht und da haben wir gestern schon ein bisschen diskutiert. Ich bin der Meinung, den hätte es nicht geben dürfen. Und zwar jetzt weniger wegen dem Foul selbst. Das ist unstrittig, das war ungeschickt, aber es war ein Foul und es war im Strafraum. Die Frage ist eher, war das vorher ein Foul vom Peresic, am Rapidverteidiger? Ich habe das im ersten Moment eher gesehen, okay, der ist halt irgendwie komisch gestolpert und hat den umgerannt irgendwie im Fall. Du hast gesagt, eigentlich ein Foul. Ganz klar für mich. Also wenn du, es ist jetzt nicht absichtlich, es ist nicht bösartig, es ist kein großes Thema eigentlich. Wenn das irgendwo am Platz passiert, ist es einfach Pfiff und es wird der Ball auf den Boden gelegt und weitergespielt. In dem Fall ist nicht gepfiffen worden und eine Sekunde später, nachdem der Peresic eigentlich den Potsmann, was glaube ich, umräumt mit seinem Umfall. Potsmann, was ja. Eine Sekunde später verliert der Turnwald den Ball und es klingelt oder es gibt den Elfmeter quasi. Und ein Foul, das so schnell, oder ich weiß gar nicht, ob Vorteil gegeben wurde, wenn nicht, dann haben sie das Foul übersehen, was ich nicht ganz verstehe. Und wenn es Vorteil gegeben hat, dann kann das keiner sein, wenn er eine Sekunde später in den Elfmeter umschlägt für den Gegner. Also für mich eine durchaus, eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichterteam in der Position. Eine unverständliche noch dazu, weil viel deutlicher kann man einen Gegner nicht behindern. Und wir kommen heute noch auf ein Spiel zu sprechen, wo es eine ganz ähnliche Situation gegeben hat, wo dann schon auf Foul entschieden wurde. Ja, genau. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch dazu. Die Chancen von Rapid für das Rückspiel, dass es da noch gedreht wird, würden wir beide, glaube ich, im einstelligen Prozentbereich verorten, oder? Ich hätte jetzt spontan auf 10 Prozent gesagt, weil man weiß es ja vorher schon nicht. Ich habe ja vorher gesagt, okay, null Chance für Rapid. Da kommt Inter Mailand. Das kann 1-7 auch ausgehen, aber man weiß halt nie ganz genau, wie ernst die Italiener sowas in der Phase des Cups auch nehmen. Im Endeffekt haben wir gesehen, nicht wahnsinnig ernst. Es ist halt dann knapper ausgegangen. Rapid ist eigentlich der klare Underdog, der klare Außenseiter in der Partie und hat auswärts auch keine Chance. Aber wenn die das nochmal so spielen und wenn die das dermaßen auf die leichte Schulter nehmen, ja, zumindest ein X kann dann schon drin sein, glaube ich. Gut, dann kommen wir mit einem kleinen Umweg zum zweiten österreichischen Vertreter und da habe ich jetzt eine ganz kurze, kleine Trivia-Frage für dich, lieber Tom. Zwei österreichische Vereine, die im Frühjahr noch Europa-Cup-Spiele haben. Wann war das zum letzten Mal? Gute Frage. War das nicht so lange her, oder dass die Austria auch mal noch dabei war? Austria und Salzburg, hätte ich jetzt gesagt vor. Nein, also Austria stimmt, aber Salzburg ist nicht der andere. Salzburg ist damals rausgeflogen, oder was? Keine Ahnung, sag's. Austria und der GAK. Um Gottes Willen. 2005. Im Übrigen bei der Austria damals, die sind da weitergekommen gegen Bilbao mit Didulitzer, Dospel, Afolabi, Anton Sonnpapac, Sionko, Blanchard, Kiesnepner, Vachoschek, Rüschfeld und Vastitsch. Gut, und damit kommen wir zum anderen Vertreter Österreichs eben früher. Das hatten wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Salzburg. Salzburg hat das erste Mal in dieser Saison 2018-19 ein Fußballspiel verloren, ein Pflichtspiel verloren, am 14. Februar. Das ist schon sehr beeindruckend. Es ist noch dazu das erste Spiel seit zwei Monaten. Das heißt, es gibt auch einen Grund, warum das so war, weil die Belgier haben ja im Gegensatz dazu durchgespielt. Also man kann zumindest eine Ausrede. Genau so ist es. Und das war irgendwie ein bisschen strange da, weil phasenweise war Salzburg schon das relativ klar solidere Team und hat doch irgendwie gefühlt mehr vom Spiel gehabt und phasenweise hat man dann doch irgendwie den Rost von fast zwei Monaten ohne Pflichtspiel gemerkt. Die vor allem dann in der zweiten Halbzeit, wie dann Leko, der Brücke-Trainer, zweimal gewechselt hat, wie er dann einen neuen Mann für die Außenbahn gebracht hat, da ist dann schon merklich Schwung dann reingekommen. Der Expected Goals-Wert ist irgendwas bei 1,0 Brücke und 0,8 Salzburg. Das heißt, im Grunde genommen wäre es eigentlich ein Unentschieden gewesen, dass das nicht so gekommen ist, sondern dass Brücke im Schluss noch gewonnen hat. Das war eher einem Zufallstreffer zu verdanken. Das bestimmt. Ich habe es auch, wie du gerade gesagt hast, ich habe mir in der 40. Minute eine Notiz gemacht, dass Salzburg zwar nicht makellos ist und dass man schon merkt, dass da noch nicht voll im Gange ist, aber dass man die Partie im Griff hat. Ich habe es gestern auch dann kurz geschrieben, es macht Spaß, denen zuzuschauen bei dem, was sie sportlich tun, weil sie so furchtlos und bedingungslos an ihrer Linie festhalten, die ja auch sehr attraktiv ist. Und zu dem Zeitpunkt hat es für mich nicht ausgeschaut, als hätte Brücke da groß was zu melden. Du hast schon gesagt, es wurde dann gewechselt, zwar nicht wirklich im System, aber es hat dann an der Spielanlage doch ein bisschen was geändert. Mir kommt vor, es ist dann mehr über die Flügel gespielt worden und damit hat Salzburg irgendwie nicht so gut umgehen können. Also diese, sie haben ja mit einer Mittelfeld-Rautberg quasi, das ist dann immer ein bisschen enger. Sie war zwar ein bisschen schief und so, aber da ist es dann irgendwie relativ schnell nach vorne gegangen für Brücke. Wurde zwar selten trotzdem gefährlich, aber in den entscheidenden Momenten dann doch. Und was halt auffällig war, gerade auch in der Anfangsphase, dass Brücke relativ aggressiv immer auf den Ballführer gegangen ist. Also das war schon eher Gegner als Ball orientiert, was die Belgier da gerade gegen den Ball gemacht haben. Und das verbunden mit dem unhin bekannten Spiel von Salzburg. Also das war eine relativ unruhige Anfangsphase, ein bisschen wild zum Teil. Es ist sicher auch daran gelegen, dass der Rasen eher vielleicht nur im Wörterbuch ein Rasen war. Also das hat sicher dem Spielniveau an sich auch nicht geholfen. Im Wörterbuch ein Rasen. Okay. I get your point, aber ich habe auch hier Einwände gegen das Bild. Gegen die Formulierung. Gut. Ist vermerkt. Tatsache ist, also Salzburg hat 1 zu 2 verloren. Auch das Salzburger Tor ist eigentlich eines, das in der Form nicht ganz so fallen darf, wenn es wer nicht gesehen hat. Also das war, da ist der Junuzovic irgendwie so von der Mittellinie in Richtung Strafraum gezogen. Der Brücke-Torhüter wollte erst raus, hat dann gemerkt, nun vielleicht doch keine gute Idee und so im Stehenbleiben, im Umdrehen ist er hingefallen. Und über den sich gerade aufrappelten Torhüter hat der Junuzovic dann drüber gehoben. Das ist schon wieder gestanden. Für mich ist immer die Frage gewesen, ob er wieder zurückgekommen wäre, wenn er nicht gefallen wäre. Da weiß ich nicht so genau. Nein, aber ich glaube auch nicht, dass der Junuzovic den Ballzug gechippt hätte. Ich glaube auch nicht, dass der Junuzovic den Ballzug gechippt hätte, wenn der Torhüter nicht irgendwie eine Verzögerung in seiner Aktion gehabt hätte. Gut. Aber ich meine, ja gut, sie haben verloren, aber sie haben das Auswärtstor. Und trotz alledem, das ist jetzt alles nicht dramatisch im Blick auf das Rückspül. Das ist alles noch im Bereich des Machbaren. Vor allem dann haben sie dann doch nochmal ein Spiel mehr. Auch jetzt bei allem Respekt, das ist jetzt nur Wiener Neustadt im Cup. Aber immerhin, es ist Matchpraxis, es ist ein Pflichtspiel. Dann wissen sie dann auch jetzt schon an eigener Hand, was sie da von Brücke zu erwarten haben. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das noch reicht. Das wäre auch im Blick auf die Fünfjahreswertung nicht ganz unwichtig. Bevor wir da dazu kommen, wollte ich gerade noch sagen, ja, einziges kleiner Gewährungstropfen bei Salzburg. Ich meine, Ramalio ist gesperrt im Rückspiel. Mal schauen, Jo, stimmt. Nur war er auch gestern bei beiden Toren nicht hundertprozentig unbeteiligt, um auch so zu sein. Das stimmt vollkommen. Ja, gut, du hast gesagt, fünf Jahreswertung. Ich habe auf ballverlieb.eu einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wie es dort jetzt steht. Österreich ist bekanntlich derzeit Zwölfter und muss Elfter werden, wenn es den Champions League Fixplatz ziemlich sicher halten möchte. Direkt davor sind die Niederlande. Bei den Niederlanden hat nur noch Ajax was zu melden. Darüber reden wir gleich noch. Ajax hat aber bekanntermaßen verloren und deshalb hat sich an der Ausgangslage eigentlich gar nicht so viel geändert. Außer, dass jetzt weniger Spiele zur Verfügung stehen, um die Niederlande noch zu überrumpeln. Österreich liegt weniger als 0,2 Punkte hinter den Niederlanden. Das heißt, wenn man einen unentschieden mehr schafft als Ajax, dann überholt man die Niederlande noch und wenn Ajax einen Punkt macht, dann reicht ein Sieg. Immer so weiter. So, und das ist jetzt signifikant, weil es geht da um welchen Platz und was bedeutet der? Wie gesagt, um Platz 11 und der Platz 11 bedeutet einen ziemlich sicheren Fixplatz in der Champions League. Also ein ziemlich sicherer Fixplatz ist ein bisschen ein seltsames Wort, aber wir wissen schon, wenn der Champions League Sieger sich auch über die Meisterschaft qualifiziert, was fast immer passiert, dann fällt dieser Fixplatz an den Meister der elfplatzierten Nation und das wäre dann in dem Fall Österreich. derzeit sind es die Niederlande ums Arschlecken sozusagen. Also Österreich ist als Elfter in die Saison quasi gegangen, also ist letzte Saison Elfter gewesen, darum gibt es in der aktuellen Saison diesen fast sicheren Fixplatz, der dann mit noch größerer Fastsicherheit an Salzburg gehen wird, angesichts des Vorsprungs in der Liga und es geht jetzt quasi darum, diesen elften Platz gegenüber Holland zu halten. Für die nächste Saison? Für die Saison, die dann darauf kommt. Ja. Wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt, ich habe schon gesagt, ich habe auf ballflip.deu einen Artikel geschrieben, da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail und schaue mir auch an, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln kann, weil da kann es für Österreich tatsächlich noch einen interessanten Sprung nach vorne geben, der dann richtig trächtig ist, aber vielleicht sonst nicht viel bringt. Mehr dazu auf ballflip.deu. Genau. Gut, dann kommen wir noch vielleicht ganz kurz dazu, was sonst noch so passiert ist am ersten Spieltag der Europa League in der neuen Saison, in den Hinspielen, da hat es zum Beispiel ein Tor gegeben von Martin Hinterrecker, der ja jetzt nicht mehr gegen den Abstieg spielt in Augsburg, sondern im Europacup in Frankfurt. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich beim letzten Podcast recht gehabt habe, als ich gesagt habe, das schaut irgendwie sehr stark nach einem Ich-möchte-hier-weg-Move aus, was er da getan hat in Frankfurt. Zumindest vielleicht recht. Bestreitet es zwar, aber die Optik ist da. Frankfurt hat gestern gespielt in Chakow bei Schachtjordoneck. Hinterrecker hat das 1 zu 0 gemacht in der siebten Minute, wobei ich fast dazu zentieren würde, ihm nicht die vollen 100 Prozent an den Vorzug zu geben. Das ist ein klassisches Eintor, was? Die Situation ist folgende gewesen, das war eine Freistoß-Flanke an den zweiten Pfosten, da ist der Hinterrecker gestanden, hat seinen Kopf dran bekommen, hat den Ball Richtung, ja in Wahrheit Tor, aber auch Richtung Torhüter geköpft, der Torhüter von Donetsk, der ukrainische Teamkohle, der Piatov, fängt den Ball so außerhalb des Tores, so halb im Fallen und fällt dann mit dem Ball in der Hand ins Tor rein. Das hat ziemlich Brotschart ausgeschaut. Ja, sieht man echt selten, wenn er den Ball einfach hält, passiert nichts. Oder wenn er einfach stehen bleibt, der Dillo. Ich weiß nicht hundertprozentig, was man alles tun hätte können, aber es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, diesen Ball nicht ins eigene Tor zu hauen. Ja, hat er nicht geschafft und Tor, ist es ihm zugeschrieben worden, im Hinterrecker? Es ist ihm im Hinterrecker zugeschrieben worden, ja. Im Endeffekt hat Frankfurt 2 zu 2 gespielt, auswärts, was jetzt an sich ein gutes Resultat ist, aber irgendwie es wäre deutlich mehr drin gewesen. Zum einen, natürlich, weil Frankfurt zweimal in Führung gegangen ist und zweimal noch den Ausgleich karakasiert hat, weil Donetsk ab der elften Minute mit einem Mann weniger gespielt hat, da hat gleich schon mal einer gelb-rot gesehen und auch, weil Schachtür Donetsk abgesehen von dem Elfmeter, der zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 geführt hat, ungefähr zweimal so halbe Schüsschen aufs Tor gebracht hat, davon war dann einer noch drin. Also wenn Frankfurt das Ding irgendwie 3 zu 1 gewinnt, dann kann auch keiner irgendwie sich beschweren. Andererseits, natürlich, 2 zu 2 auswärts ist kein so schlechtes Resultat. Gut möglich, dass die Mannschaft von Hütter da noch länger dabei bleibt. Ja, das ist durchaus denkbar. Das ist durchaus denkbar. Was kein so gutes Ergebnis ist, ist 0 zu 1 auswärts. Zum einen, weil man eben selbst kein Auswärtstor geschossen hat, zum anderen, wenn man selbst Arsenal ist und zum zweiten, wenn man gespielt hat bei Bate Borisov. Ja, ich habe ein großes Lol losgelassen gestern, als ich das mitgekriegt habe. Arsenal, also ich weiß nicht, langsam fragt man sich wirklich, was der Rauswurf von Wenger gebracht hat. Die Mannschaft spielt weder besonders schön, noch besonders gut, noch besonders konstant und verliert jetzt auch in Borisov. Wenn das bei Wenger passiert wäre, dann hätte es wahrscheinlich eine Menge Buh-Rufe und ein paar Wenger-Out-Kampagnen im Emery jetzt gegeben. Das wird ohne Emery wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen erspart bleiben, vor allem, wenn man es im Rückspiel doch dreht. Aber es ist schon beachtlich, weil mit einer B-Mannschaft ist Arsenal da nicht aufgelaufen. Überhaupt nicht, was man auch daran sieht, dass Alexandre Lacazette ausgeschlossen wurde in der Schlussphase. Kleber Reaktion. Sehr clever. Wobei es sich fast ein bisschen abgezeichnet hat. Der war schon frustriert. Ja, so oder so wird im Rückspiel auch fehlen. Ja, klar, Arsenal müsste es trotzdem drehen können, aber er müsste auch auswärts eigentlich dort gewinnen. Was auch erstaunlich ist an diesem Sieg von Bate Borisov gegen Arsenal ist, dass es eine der ganz, ganz wenigen Heimsiege war. Lange hat es so ausgeschlossen, als wäre es überhaupt der Einzige. Erst am Schluss haben sie ein paar Spiele gedreht. Entschuldigung, natürlich abgesehen vom Spiel am Dienstag, wo Fenerbahce daheim gegen Zenit St. Petersburg gewonnen hat. Aber gestern, bei den 15 Spielen, die gestern waren, war es lange so ausgeschlossen, als ob das wirklich der Einzige Heimsieg werden würde. Es hat dann noch ein paar andere gegeben, also Viktoria Bilsen hat das Spiel noch gedreht gegen Dynamo Zagreb und Brügge hat das Spiel eben noch gedreht gegen Salzburg, aber sonst war von den Heimteams eher nicht so viel Lof. Ist das eigentlich Zufall gewesen oder sind die schlechter gesetzten Teams in die Heimteams gewesen? Es sind die schlechter gesetzten Teams, die hatten im Hinspiel Heimrecht, also die Gruppen 2. aus der Europa League und die vier schwächeren Gruppen 3. aus der Champions League. Also das ist schon, entspricht schon irgendwo auch der Setzliste, aber das ist halt doch auffällig, dass die Heimteams so wenig geholt haben, weil es ist ja doch, es ist K.O. Runde und es ist jetzt nicht alles von der Ausgangsposition so deutlich gewesen, wie zum Beispiel Malmö gegen Chelsea, also dass Chelsea da in Malmö gewinnen wird, das ist nicht die ganz große Überraschung. aber das zum Beispiel also Galatasaray gegen Belfica daheim verliert oder eben das Sporting gegen Villarreal daheim verliert und Villarreal ist Vorletzter in Spanien und das Celtic daheim relativ klar gegen Valencia verliert, das ist schon eigentlich alles nicht ganz so zu erwarten gewesen, nämlich in dieser Häufung. Also jedes für sich ja, aber dass da wirklich so wenige Heimteams als wirklich Zählbares geholt haben, das ist schon erstaunlich. Das stimmt. Erstaunliches gab es übrigens auch in der Champions League und ich würde sagen, wir switchen den Bewerb und reden ein bisschen über die Spiele, die da schon stattgefunden haben, zumindest ein paar davon. Da würde ich zum Beispiel behaupten, dass Dortmund sehr dafür gewesen wäre, wenn ein Fußballspiel nur 80 Minuten dauert. Gut möglich, ja. Wer es nicht gesehen hat oder vergessen hat, Tottenham Dortmund 3 zu 0, das schaut extrem schlecht für den Tabellenführer in Deutschland. Das ist auch extrem schlecht für den Tabellenführer der Deutschen Bundesliga. Das ist schlecht, aber es schaut auch schlecht aus für das Rückspiel, war das wohl auf dem Bild. Und es schaut vor allem viel schlechter aus, als es war. Ja, ich habe es jetzt glaube ich nicht aufgeschrieben. Die Expected Goals haben schon mal so zwei Tore Unterschied für Tottenham nahegelegt. Ja, aber das waren halt auch die späten Tore. Also so in der ersten Halbzeit, da war Dortmund zumindest nicht die schlechtere Mannschaft. Dann hat es gleich nach Wiederbeginn, dann Tottenham das 1 zu 0 gemacht und da war dann schon ein ziemlicher Bruch drin, zu merken bei Dortmund. Da haben sie dran zum Kiefeln gehabt. Nur natürlich, wenn du dran kiefelst eine Halbzeit und dann mit 0-1 rausgehst, dann ist für das Rückspielen noch alles drin. Wenn dann so in den Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, ich glaube 83 und 87 noch das zweite und das dritte Feld, dann ist es halt schwierig. Das ist auch vielleicht irgendwo der internationalen Unerfahrenheit, zuzuschreiben, diese aktuelle Mannschaft von Dortmund. Auch gegenüber Tottenham hat, natürlich hat jetzt Tottenham immer noch so ein bisschen das Image so quasi England 1b, also nicht die ganz erste Reihe, aber die spielen schon viel Europa Cup und viel Champions League und das ist schon mittlerweile eine sehr erfahrene Truppe und das waren auch viele bei der WM und sind dort weit gekommen. Also das ist jetzt schon deutlich in dem Sinne die internationale erfahrenere Truppe gewesen, würde ich jetzt mal so behaupten. und das hat man vielleicht da in dieser Schlussphase auch gesehen, gemerkt. Aber 3-0 ist natürlich insofern für Dortmund, auch für die ganze Bundesliga bitte, weil... Ich wollte gerade sagen, die deutsche Bundesliga, Bayern müssen jetzt nach Leverpol am Dienstag, reden wir vielleicht auch noch kurz drüber, aber... Und Scharke gegen Main City. Ja, das sind beides keine garantierten Punkte und die deutsche Bundesliga hat damit zwei Unentschieden in dieser Runde gemacht und sonst schaut es vielleicht, ja, ist potenziell düster und die fällt immer weiter zurück da vorne an der FUF-Rangiste. Ja, das ist so, weil Spanien ist eh seit Jahren die Nummer 1 und die englischen Teams sind jetzt auch in der Champions League, nachdem es dazwischen durch ein paar Jahre ein bisschen dünn war, jetzt wieder doch stärker und ich habe es auch direkt nach der Auslösung schon gesagt, also wenn der End-Toyer-Ageist-Team weiterkommt, dann sehe ich es am ehesten bei Dortmund. Das sehe ich bei Dortmund jetzt nicht mehr, aber es könnte durchaus möglich sein, dass es ein Viertelfinale gibt ohne deutsche Beteiligung und das wäre für die Bundesliga schon ein, gerade auch in der Außenwirkung, dramatisch eigentlich, weil gerade in der internationalen Wahrnehmung ist halt doch das auch wichtig, was die Teams aus der Liga in der Champions League machen. Gerade wenn du irgendwie, wie es eben die deutsche Bundesliga jetzt ist, versuch irgendwie auch vielleicht im chinesischen Markt ein bisschen Fuß zu fassen, aber wenn da natürlich die Erfolge so dann irgendwie ausbleiben und das auch nicht besser wird, hast du gegenüber der Premier League und gegenüber der spanischen Liga halt dann auch irgendwie keine besonders guten Argumenten in der Hand. Klar, schauen wir uns an, was passiert. Liverpool-Bayern ist ja jetzt auch keine gemähte Wiese in die andere Richtung, also es ist jetzt nicht so, dass die Bayern schon fix draußen werden und ganz sicher keine Punkte machen. Aber man muss dann auch bisher nicht zu sagen, dass die Auslösung zu einem Zeitpunkt war, wo Liverpool gerade richtig, richtig durch die Spiele geflogen ist und die Bayern ziemlich Punkte hergegeben haben. Also da hat sich vielleicht an der Ausgangsposition gefühlt ein bisschen was verändert, aber natürlich ist es jetzt kein Spiel, wo du jetzt einen klaren Favoriten hast, aber, und es ist damit auch kein Spiel, egal wie es ausgeht, wo du dann sagst, das ist eine Überraschung. Also das ist durchaus, durchaus denkbar, dass die Bayern da rausgehen und das könnte sich keiner drüber wundern. Klar, aber umgekehrt ist es dann auch so, vor allem wenn man bedenkt, wie Liverpool momentan von der Defensive her aufgestellt ist. Reden wir halt gleich drüber, wenn es so ist. Also Van Dijk ist im ersten Spiel gesperrt, Gomez ist immer noch verletzt. Ja, okay, das sind halt schon Punkte, die ganz hinten wehtun. Wer spielt dann da hinten? Wer wird spielen? Lovren und Fabinho ist immer wieder getestet worden in der Position jetzt in den letzten Monaten. Werden wir sehen, was am Endeffekt rauskommt, aber es ist nicht, es ist, also vor allem Van Dijk tut halt weh. Mal schauen, was da rauskommt. Es wird sicher eine spannende Geschichte, wahrscheinlich vielleicht das spannendste Achtelfinale in der Champions League. Das kann durchaus möglich sein, wobei ich da ganz kurz schon auch Atletico gegen Juve in die Runde werfen möchte, wo ich jetzt für mich auch keine klaren Favoriten sehe. Bei Atletico im Übrigen, was es noch nicht ganz durchgedrungen sollte, Czolo Simeone hat den Vertrag verlängert bis 2022. Andere Spiele, die schon waren und die ich mir noch aufgeschrieben habe, wir haben es einfach angekündigt, jetzt müssen wir auch ganz kurz reden, ist Ajax gegen Real. Genau. Wir schauen uns das Ergebnis an und denken uns, ja klar, Ajax verliert 1-2 gegen Real, keine große Sache. Dann schaust du aber auf die Expected Goals und kommst darauf, das hätte andersrum ausgehen können. Oder sogar sollen. Und sogar sollen. Und ein Grund, dass das nicht passiert ist, ist eine Kontroverse. Wobei du nicht ganz verstehst, warum es eine ist. Ja, genau. Also es geht um eine Szene beim Stand von 0-0, das ist so kurz vor der Halbzeit. Eckball für Ajax, es gibt ein bisschen hin und her, ein bisschen Billard im Strafraum und dann liegt der Ball im Tor. Ajax jubelt und der erstmals im Einsatz sich befindliche Videoassistent meldet sich zu Wort und sagt, Damir, schau dir das nochmal an. Und Damir ist Koumina, der Schiedsrichter, der geht dann raus und schaut sich das an und sagt, kein Tor, weil abseits. Was ist passiert? Es ist so, dass der, dass grundsätzlich der Torschütze den Ball per Kopf dann über den Torhüter drüber hebt und der Ball dann im Tor landet. Es ist aber auch so, dass in dem Moment, wo dieser Kopfball geschieht, ein Ajax-Spieler, dem Torhüter von Real, dem Thibaut Courtois, ja, ich möchte nicht sagen, vielleicht direkt auf die Füßen steht, aber ihn schon zumindest bedrängt, wenn nicht sogar berührt. Und das hat er gemacht, wie er im Abseits gestanden ist. Ja, also dass er da in einer verbotenen Zone gestanden ist, das ist, würde ich sagen, unstrittig, die Kontroverse hat sich daran entzündet, dass er eben nicht am Ball war, sondern halt eben den Torhüter behindert hat. Aber die Regel sagt, er aktiv ins Spiel geschieht eingreifen, glaube ich. Und das ist dein Argument gewesen in der Vorbereitung. Also ich habe die Szene dann gesehen und habe mir gedacht, ja klar, der berührt den Torhüter, na natürlich, greift er ein, indem er den Torhüter behindert. Das ist für mich überhaupt auch keine Frage, dass das Tor demnach nicht zählen kann, was ich persönlich sehr, sehr schade gefunden habe, weil ich durchaus ein Befürworter davon bin, wenn Real Madrid relativ früh aus Bewerben ausscheidet. Aber in dem Fall, ja, es war halt kein Regulierstor. Ja, ich weiß nicht, es ist so eine Situation, wo man vielleicht auch einfach nicht geben müsste, aber wo man es kann, glaube ich. Vor allem, wenn man dann jetzt die gleiche Situation von Rapid nochmal sich in Erinnerung umruft, wo ein Spieler dem anderen reinfällt und das kein Foul ist. Und vor allem, weil du dann auch gestern über die Szene bei Rapid gesagt hast, dann noch zu mir, stell dir vor, das ist andersherum und das ist kein Stümmerfall, sondern vielleicht, dass der Verteidiger so auch rein stolpert. Also, es ist ein bisschen vielleicht, die Kontroverse entzündet sich ein bisschen daran, dass man das jetzt nicht unbedingt tun hätte müssen, wobei man es schon geben kann. Ja, also das verstehe ich auch wiederum, das Argument, dass man sagt, der Behindertendorhüter greift das Spiel ein faul und abseits von mir aus. Aber ich muss es nicht geben und im ersten Moment habe ich mir gedacht, wie? Ja, das ist aber auch das Schöne, weil wenn es sowas nicht gibt, dann könnten wir nicht darüber reden. Ah, das depperte Argument. Und da war es, das dümmste Argument in diesem Podcast. Sehr schön. Weiß ich schon, was die Überschrift wird. Gut. Sehr gut. Gut, gut, gut. Aber, ja, ansonsten nicht unerwartet, Real wird sich dort, oder hat sich eine gute Ausgangsposition herausgespielt und ist er im Rückspiel der Favorit aus österreichischer Sicht. Wir haben es schon angesprochen. Vorteilhaft ist, dass Ajax dadurch keine Punkte macht und Platz 11 in Reichweite bleibt. Ja. Und dann ist noch ein Spiel gegeben, wo man ganz, ganz kurz reingrätschen kann. Die erste Niederlage von Ole Gunnar Solskjaer mit Manchester United. Ein schweres Debakel gegen Paris Saint-Germain. 0-2. 0-2 zu Hause. Ja, über die Definition eines schweren Debakels sollten wir uns vielleicht einmal unterhalten, aber Tatsache ist natürlich... Nicht unbedingt von dem Ergebnis her, aber von der Chancenlosigkeit her, hätte ich jetzt gesagt. Weil, ich habe nur die zweite Hälfte selbst gesehen, muss ich dazu sagen. Aber als ich eingeschaltet habe, ist, glaube ich, PSG innerhalb von wenigen Minuten noch zwei, drei Mal allein aufs Tor gerannt. Das hätte auch ganz anders sein können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass erste Halbzeit das durchaus in beide Richtungen gehen hätte können, aber dann in der zweiten Halbzeit dann sich doch die Franzosen ziemlich, ziemlich auch leistungsmäßig abgesetzt haben. Es ist auch dem von die Leute dann auch wirklich zum Teil großartig die Aktionen dann auch gespielt hat. Das muss man dann einfach auch so anerkennen. Natürlich, wenn das 0-1, das ist dann gefallen aus einem Eckball heraus, das ist dann natürlich ein bisschen bitter, wenn man dann so ein relativ billiges Tor dann hergibt, gerade beim Stand von 0-0. Aber, ja. Ja, für mich hat United in der ersten Phase dann ein bisschen so gewirkt in der zweiten Hälfte wie Rapid gegen Inter. Also so, man hat nicht wirklich gewusst, wie man da jetzt konzentriert vor das Tor kommen kann, also so richtig bewusst, sondern das hat immer so nach, schauen wir mal, wo ist wer frei, probieren wir es aus, spielen wir den Hoffnungspass ausgesehen. Was mich eigentlich ein bisschen verwundert hat dann diese Diskrepanz in der zweiten Halbzeit dann, weil man kann jetzt natürlich schon argumentieren, dass Piaget vielleicht die besser besetzte Mannschaft ist, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall ist Tatsache, dass United eine sehr, sehr gute Serie jetzt hingelegt hat in einer wesentlich stärkeren Liga und wirklich jede Woche dann auch ziemlich gefordert ist, während Paris Saint-Germain zwei Spiele weniger ausgetragen hat als der zweite in der französischen Liga und immer noch zehn Punkte Vorsprung hat und ja, mit Halbgas halt von einem Spiel zum nächsten cruised und dass die dann so wirklich an diesem Tag X auswärts gegen einen Gegner, der sich ja jetzt wirklich in guter Form befindet, dann so da ist, also das ist schon, muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet, und das hat mich auch bis zu einem gewissen Grad beeindruckt. Ja, wobei bei United, muss man sagen, jetzt abgesehen von dem Sieg gegen Tottenham, waren halt dann doch erwartbare Siege dabei, die dazu genutzt haben oder die nicht unbedingt das höchste Geschick von Solskjaer als Coach bedürft haben. Das stimmt schon, aber unter Mourinho sind am Schluss nicht mal mehr die erwarteten Siege geholt worden. Natürlich, ganz anderes Thema, ja, über das haben wir in der Vergangenheit schon gesprochen, warum das dort nicht weitergegangen ist für Mourinho und ja, er hätte eine Sendung bei Russia Today bekommen übrigens. Okay, aber für Solskjaer wird es jetzt spannend, das Rückspiel wird schwer, auch weil Pogba ausgeschlossen ist, dazu habe ich auch noch einen kurzen Satz, und dazwischen gibt es, oder was, ja, es ist dazwischen das Spiel gegen Liverpool, also ein wichtiges, emotional wichtiges Spiel und auch im Kampf von Platz 4 für United ein wichtiges Spiel, da kann es aber jetzt ganz schnell die Niederlagen sich anhäufen, jetzt 7, 8, 9 Runden, keine Ahnung wie lang, nur gewonnen und ein Unentschieden gehabt hat. In Wahrheit wird das ein dreifach wichtiges Spiel, also Punkt 1 natürlich mal das Prestige dieses Spiels an sich, dann der zweite Punkt natürlich der eigene Kampf um den Champions League Platz und dann geht es dann auch darum, irgendwie zu verhindern, dass Liverpool dann einmal vielleicht doch Meister wird, nachdem es 13 Mal sie selber gewesen sind, weil das kann ja mal irgendwie überhaupt nicht verwunden werden, wenn da mal die anderen auf 1 zu 13 verkürzen. Mir fällt ein vierter Grund ein und der ist für Solskjaer persönlich, weil bei United natürlich schon zählt, dass man die großen Spiele gewinnen kann und wenn du dann einen Monat hast, wo du drei große nicht gewinnst oder verlierst, Nicht erfolgreich absolvierst, sagen wir es dann so. Das Rückspiel in Paris wird jetzt auch nicht ein Honig schlecken und dass man dann auch aufsteigt, ist sowieso relativ unwahrscheinlich, aber auch dort könnte es eine Niederlage geben und dann sind das drei große Spiele in Folge, die halt ein Bild abgeben. Mal schauen, was passiert. Kann ja auch alles ganz anders kommen. Kann auch alles ganz anders kommen. Wenn wir schon kurz in den Premier League sind, dann möchte ich da noch kurz was anreißen, da war am Wochenende ein Spiel mit einem sehr erstaunlichen Ergebnis. Bevor wir dazu kommen, würde ich noch sagen, der Ausschluss von Pogba ist für mich sehr spannend. Danny Alves hat sich da wieder ganz besonders hervorgetan, ist schwer verletzt worden, schwer verletzt worden, aber das nur die halbe Freude an dieser Situation mehr oder weniger, sondern die Minute danach war auch sehr spannend. Also als Luke Shaw eigentlich in vollem Lauf Danny Alves für das umräumt, habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht der Nächste. Da gab es dann nur die gelbe Karte. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, weil das war schon ein ziemlich deutliches Revanchefall. Mutig! Ja, wie du schon sagst, am Wochenende hat es ein großes Spiel gegeben, das war eben Manchester City gegen Chelsea, auf das du ansprichst. Genau, und ein Spiel gegen Manchester City gegen Chelsea mit einem Sieg von wenn City ausgeht, ist jetzt vielleicht noch nicht so die ganz große Situation, aber dass das Ding 6-0 ausgeht, das ist schon ein bisschen arg. Ja, ich habe mich ärgert, weil ich habe mir gedacht am Sonntag, ja, endlich mal Zeit, endlich mal ein gutes Fußballspiel zu der Zeit und irgendwie nach zehn Minuten war klar, okay, da wird jetzt nicht wahnsinnig viel passieren. Ja, Chelsea hat sogar so hoch verloren gegen City, dass man noch hinter Arsenal zurückgefallen ist. Da ist kein Saripal gespielt worden. Also für mich war es taktisch sogar sehr fragwürdig, was da gespielt wurde von Chelsea. City haben geglaubt, die können dort mitspielen und haben völlig vergessen ein defensives Mittelfeld aufzustellen. Also die Bräune hat da schalten und walten können, wie er will. Gegen Alonso sind immer zwei bis drei Gegenspieler angelaufen. War eine relativ deutliche Demonstration von City. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, war das die höchste Liga-Niederlage von Chelsea seit dem April 1991. Das hast du super gesehen. Wie hast du Dustin gesehen? Weil ich mich natürlich an dieses 0 zu 7 gegen Nottingham Forest erinnern kann. Nicht schlecht, du bist ein wandelndes Lexikon. Das schaust. Vor ein paar Jahren war fast 30 Jahre. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, aber sonst, ich meine, City schaut momentan wieder so aus, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass die ein Spiel verlieren. Also wird auch der Titelkampf in England noch spannend. Aber das ist ein Thema für einen anderen. Das ist ein Thema dann für das nächste Mal. Also City führt da jetzt punktgleich, allerdings mit einem Spiel mehr gegenüber Liverpool. Wir haben dann, also Liverpool hat noch zwölf Spiele, City hat noch elf. Also da wird noch ein bisschen was passieren und das könnte sich auch noch ein kleines bisschen zuspitzen. Ja, viel mehr zuspitzen wird dann schon fast nicht mehr möglich. Also Punkte gleich, um die Tordifferenz zu rittern. Ja, für Liverpool heißt es jetzt doppelte Baustelle. Man muss in der Champions League da sein gegen die Bayern, man muss in der Liga. Darf man sich eigentlich nichts erlauben, also auch gegen United, das ist ein X. Ja, X reicht dann gerade noch so. Aber dann ist eigentlich Schluss mit dem Polster. Weil in der Tordifferenz, muss ich sagen, bin ich skeptisch, dass man City am Ende ... Nein, das wird nicht funktionieren. Die sind einfach Flat-Track-Bulli und große Spiel-Bulli. Die fahren über, ich glaube jetzt nicht, die haben sieben Spiele heuer schon, wo sie fünf Teuer oder mehr geschossen haben. Und das schlägt sich dann natürlich auch in der Tordifferenz nieder. So, und wir biegen jetzt schon langsam in die Zielgerade diese Ausgabe ein und da schlagen wir nochmal kurz die Kurve zurück und machen die Klammer zu, zu Österreich. Da ist jetzt Freitagvormittag die Meldung gekommen vom ÖFB, dass man ja im November, glaube ich war das, bei der UEFA sein Interesse daran bekundet, dass sich für das Finale der Europa League 2021 zu bewerben für die Austauschung. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt geglaubt, dass das funktionieren kann? Natürlich, nicht. Ich glaube auch, dass das der ÖFB nicht gemacht hat, weil da auch relativ klar drin gestanden ist in dieser Presseaussendung, dass sie das in erster Linie mal gemacht haben, um zu erfahren, was müssen sie da jetzt wirklich umsetzen. Es ist der Anforderungskatalog, den rückt die UEFA nämlich offenbar nur raus, wenn man sich bewirbt. Und ist heute eben die Meldung gekommen, der ÖFB sieht von einer offiziellen Bewerbung ab, weil die gestellten Anforderungen einfach nicht mit einem sinnvollen Einsatz von finanziellen, also, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, ich habe es in der Facebook-Meldung und auf Twitter habe ich es zitiert, auf jeden Fall, also, Moment, weil die geforderten Adaptierungen nur mit unverhältnismäßig hohen finanziellen Anwendungen von Aufwendungen von allen Seiten zu erfüllen, Ja, das Stadion ist zu alt und es wird zu viel kostenlos. Das Ding ist dermaßen desolat, dass es nichts mehr bringt, da irgendwas reinzustecken, wenn man ein Finale haben möchte, also nur, falls sich wer gefragt hat, in was für einem Zustand das Appelstadion im internationalen Vergleich ist. Also, da hilft in Wahrheit wirklich nur noch wegreißen, die Bude und was ordentliches hinstellen. Das war ein schönes Stadion in den 80er Jahren, wie man es das letzte Mal renoviert hat, aber das ist halt einfach wirklich 30 Jahre her und die Welt hat sich da gerade infrastrukturell so dermaßen weiter gedreht und ja, es hat ein schönes Dach und das Ding, das steht unter Denkmalschutz, aber reißt es die Bude weg, es bringt nichts. Andererseits, natürlich, und das sind dann auch die Antworten, die wir da zum Teil auf Facebook bekommen haben, wo der Fritz Weiler geschrieben hat, der Steuerzahler muss jetzt schon zwei neue Stadien finanzieren, bloß die Renovierung des Sportclubplatzes, es wäre mal Zeit, Geld für andere Sportarten bereitzustellen, hat er auch einen Punkt. Also, die haben in Graz jetzt eine vernünftige Sportarten, also so Eishockey, Handball und so weiter und wir wissen ja, dass das in Wien ein bisschen eine schwierige Geschichte ist. Jetzt ist fixiert worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass da quasi eine neue Veranstaltungs- und Sporthalle kommt, und zwar in der Nähe vom Erdberg, wenn mich das jetzt, die Wien Holding Arena ist da jetzt mal der Arbeitstitel, aber das ist dann dringend notwendig und auch gut für die anderen Sportarten und für Veranstaltungen, weil die Wiener Stadtteil ist halt doch jetzt auch schon bald 61 Jahre alt, 1958 ist die eröffnet worden, also sportinfrastrukturell hinkt Wien schon ziemlich hinterher und da ist das Happel-Stadion eigentlich nur das offensichtlichste Beispiel, was jetzt wieder offiziell bestätigt wurde. Aber darum war diese Olympia-Bewerbung, über die damals nachgedacht wurde, etwas, das ich schon interessiv gefunden hätte, weil da hätten alle anderen Sportarten davon profitiert und man hätte ein Nationalstadium gekriegt, dass Olympia dann natürlich ein Wahnsinn in anderer Hinsicht ist, naja gut, okay. Aber so, wenn man das mal mit einem Schwamm hätte modernisieren wollen, dann wäre das ein guter Zeitpunkt gewesen. Ja, ich kann mich erinnern, also ich bin weder in Wien daheim noch irgendwie dort wahlberechtigt, natürlich, aber ich habe damals den Eindruck gehabt, dass diese Olympia-Frage in Wahrheit nur ein emotionaler Catcher war, um die Leute da zu der Volksbefragung zu bekommen, weil wenn man es nur ums Parkpickle fragt, da werden sie eher nicht hingehen. Aber Tatsache ist halt eben auch, dass... Du hast keine Ahnung, was das Parkpickle in Wien bedeutet. Wie gesagt, ich bin weder in Wien beheimatet, noch wahlberechtigt. Gut, aber wir schweifen weit vom Fußball. Ja, kurz noch den einen Satz, den lasst mich bitte noch kurz zu Ende bringen, nämlich, dass das perverse ist, dass die einzige Sportart in Wahrheit, in der Österreich-Wien für olympische Sommerspiele im Moment geeignet wäre, das Binnenland Österreich segeln ist am Neusiedlersee. Gut, Wien. Das sagt eigentlich schon auch viel aus über genau dieses Thema mit der Sportinfrastruktur. Wir müssen auch noch über Geografiekenntnisse reden. Ja, der Neusiedlersee ist nicht in Wien. Nicht ganz klar. Fällt einiges. Kiel ist auch nicht ganz nahe von München und die haben trotzdem damals das Segeln dort gemacht. Egal, war nur ein Schmied. Aber ich glaube, wir haben die fußballerischen Themen für heute ausgeschöpft. Sagt uns, was ihr von dem Podcast gehalten habt. Das könnt ihr natürlich tun auf ballverliebt.eu, das könnt ihr tun auf Facebook, auf Twitter und wo auch immer ihr uns zuhört. Wie gesagt, wenn es euch wichtig ist, dass es diese Podcasts weiterhin in hoher Frequenz gibt, dann bitte geht auf patreon.com slash ballverliebt und unterstützt uns. Verlasst euch nicht darauf, dass andere das tun, denn öfter als nicht den Satz müssen wir glaube ich noch mal aufmalen. Das darfst du gerne tun und ich überlege mir für das nächste Mal vielleicht eine andere Abmoderation. Aber ich habe es geschafft. Wir sind am Ende der Sendung und ich wünsche euch eine schöne Fußballwoche. Bis zum nächsten Mal. Servus.